an jetzt kommt zuerst die Folge Bus Simulator 2018 das Bild ist immer noch und kaufen sie ein jetzt ich habe vergessen es ist er mir gar nicht so frei hast die MPCs auf jeden Fall noch mal leise stellen die quatschen schon wieder hier ist ein Zipio 67,68 ich habe vergessen vielleicht wir hatten 60 km 1 mit der Herde von das mit von den Vorsorungen schalten die Welt ist das neue oder er hat das neue hat immer müssen weil wir die Nähe aufhören dass wir sie beide hintereinander kommen mit den Tasten mit den Tasten, was? kannst du bezahlen, also das Geld wieder zurückgeben also ich hab vielleicht MSI Autorbono geflübert, aber egal welchen Tasten? 1, 2, 3, 4, 5, 1 bis 5 ich glaube, man kann da welchen Tasten ne, kann ich auch nicht machen, da sind bei mir oder ähm MSI und da war's noch mit dem 1, das ist einfacher fährt mir grad so auf boah, hier ist ein schöner Stall ja, die haben hier gehalten an der Vorfahrtsstraße, ja, kein Wunder ja das spielt manchmal jetzt hat ein Fahrgast seine Tasche vergessen, du bist wie verarschen mhm ja, das sieht nicht raus ja, da bremst du noch stärker ich? ne, der LKW vor mir so sind ja bloß auf ner Vorfahrtsstraße ja das ist dass dann ich ja wo ist Wir müssen hier keiner aussteigen, ne? Ne, das fütten wir auch kurz auf. Was ist eine Fahrkarte? In welcher Welt braucht es eine Fahrkarte? Ich habe das mit dem Lenkrad eventuell vergessen. Wir haben das Lenkrad überaus der Hand gerissen. Was ist denn rum? Ja, die Bodenschwelle. Oh. Da muss man schon Platz, ne? Ja. Jetzt brauchen wir noch Platz. Endstation? Dekki, du laufst 8. Naja, über 10, der hört jetzt so los. Ich? Das Lenkrad. Wut der bitte schon auf. Geht's doch nicht. Das war okay. Wie soll es denn? Noch nicht so weit. Nächster Halt, Stockerplan, Endstation? Ich? Danke, dass die so pünktig sind. Tschüss, haut ab bitte vom Bus hier. So, wir machen mal Platz. War ich das schon am Platz? Jo. Oh, das ist mir nur Platz. Oh, wir müssen echt diese Buster gehen, die richtigen Mercedes muss ausrichten, diese halbwegs lang, diese Windbusse hier. Noch ein Motor ausgemacht. Oh, Einnahmen. Ich hab keinen Untergrund. Ich auch nicht. Wo ist meine Mosen? Da. Oh, jetzt müssen wir noch Streiker stellen, müssen wir noch schnell. Neue Strecke erstellen. So, warte. Die bestehende Linie bei Nacht fahren. Ja, die Strecke müssen wir auch noch mal bei Nacht fahren. So, reicht das als neue Strecke für euch? Und die bestehende Strecke müssen wir auch noch mal erweitern. Warte, das mache ich. So, hier. Jetzt haben wir jetzt eine neue Strecke. Möchte ich nehmen jetzt noch mal? Äh, warte, warte, warte. Ich muss die eine Strecke noch erweitern. Ja. Achso, warte mal. Jetzt habe ich die Einheit still hier entfernt, oder? Jo, die müssen wir jetzt noch bei Nacht fahren und die andere müssen wir auch noch fahren. Wollen wir mit Strecke 2 zuerst fahren? Können wir machen. Mach Convoy wieder an. Convoy ist, geht's an. Jetzt immer nehme ich den Bus. Hä, haben wir einen zweiten Bus? Ne, ne? Äh, jetzt kriegst du auch mal Schmiedbus. Achso. So. Vorweg lang einlegen. Los. 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 Ich bin mir halt eine Freundin gefahren, das auch mit einer Pizza ist. Warum bauen die eine Fahrkarte? Was? Handzug ist hier so ein verwandt? Geil! Blink, 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 blink. Geil, Stau. Ja, ja. Der LKW-Fahrer von mir hört aber Lautmusik. Oh, oh. Da tut einer hupen. Hm. Was denn? Rein, du sie ja. Na ja, wie willst du denn der LKW? Warum steht der denn hier schon wieder? Warum fahrt du einfach? Wenn einer gut abbiegen möchte, fährt keiner da vorne. Dann guck doch einfach. Ja. Obwohl das eine Vorfahrtsstraße ist, ne? Natürlich, aber die wollen abbiegen. Und da haben sie keinen Bock abzubiegen. Bei uns wollen wir noch zwei abbiegen, da ist die Stimme dran. Ja. Wenn wir aufhören, fahren wir auch realistisch. Ich glaub, wir hätten nicht auf realistisch fahren können. Was ist damit? Wir haben die KI-Dollar gemacht, wurden mit Klinik zu stellen. Na, der lässt mich auch noch durch. 20 Sekunden spielt mich schon. Ich hab mal 44 Sekunden Zeit. Ja, Borschen wohl. So, egal. Dafür bin ich grad da. Und Borschen auch. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 die Knochen jetzt wird ja auch noch abbiegen dann stehen wir jetzt auch noch im Staub fünf Jahre später die Mitglieder ich kann es keine Sorge nun der heute müssen Autos ist kommt aus dem in den Moment endlich jetzt steht er auf der Kreuz Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist gut. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Ah ja. Nächster Halt, Nordspeichel. Argstandard. Nächster Halt, Nordspeichel. Nächster Halt, Nordspeichel. Ja, ich weiß. Nee... Einzelstandard. Bitte alle aussteigen. Könnte ich jetzt auch eine Fahrt weiter haben. Willst du auch gleich eine Demonstration? Jo. Danke. Da ist ein LKW auf der Kurzung stehen geblieben und den musste ich mal jetzt schön ausweichen. Oh, ich bin sofort in der Hälfte in der Herstellung gekommen. Oh, da hat Stau wieder. Okay. 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 Ich habe eine Fahrkarte. Nächste Halt. Nicht Spanier. Nein, du kannst keine Fahrkarte haben. Du, noch ein paar Fahrer, was ist falsch mit euch? 60 Euro, willst du? Kann man so einen Arsch lassen? So, wenn das so ist, dann haben wir die Fahrkarte, ne? Oh, gut. Hier. Was? Hier ist die Fahrkarte. Na klar. Hier. Na klar. Da, alle haben wir eine gültige Fahrkarte. Okay. Sehnschweinchen. Bitte einige Fahrkarten. Sag ich jedes Mal auch zum Busfahrer. Sag ich auch jedes Mal zum Busfahrer. Wieso? Na, ich möchte ein paar Fahrkarten haben, ne? Obwohl ich bloß einen Monatsgrad hab. Ja, das war ein Geil. Boah. Hast du niemand, wenn ich eine Fahrkarte? Garantiert ein Schwarzfahrer mit dabei sein. Na klar. Hier. Na klar. Hier. Jetzt wo? Ja. Erwischt. Nichts damit Schwarztonnen bei mir. Wie oft wollen sie die denn noch sehen? Habt ein Schwarzfahrer. Ui. Erwischt. Nächster Halt. Stocker Platz. Nächster Halt. Stocker Platz. Nächster Halt. Nächster Halt. Stocker Platz. Sehr schön. Absolut pünktlich. Danke sehr. Der hat keine Fahrkarte gekauft. Der auch nicht. Der auch nicht. Müsst du meine Lieben. Der auch nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. schwarz. Bei uns hat man nicht schwarz. Vor allem wenn wir beide in einem Busen. Warum kaufen wir keine Fahrkarte? Mit einer Fahrkarte zu kaufen. Sie kostet 5 Euro. will keiner von 100 Euro zahlen. Ist halt so. Ich kaufte gerne Fahrkarte. Vielleicht wollen sie auch, dass wir neuen Busen. Ja, weil die noch nicht. Ich hab noch nicht weiter. Wo ist denn die Budenschule auch da? Was weiß ich nicht. Das ist was da. Hier ist hinter. So. Ich hab extra wie weit davor gefallen schon. Ich hab extra wie weit davor gefallen schon. Jupp. Jo. das ist ein Bus raus, wenn noch zwei mitfahren wurden also, ne? und dir kommt jetzt mal ein Bus entgegen das war da bestimmt auch Geld ups, da bin ich weiter vorgefahren 100 Euro wow, aber wie wie durch die Klinik kommen nur was lecker ist ja, aber das ist egal 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 leider haben wir keinen mehr, wir spielen leider spielt das keine mehr, außer wir weiter so, ne René? ein Amen nein, die Klinik ist oben René? ja dann würde ich mal sagen, wir danken uns für zuschauen bis zur nächsten Folge, tschüss